Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, ihr Magic-Freundinnen aus und zwar heute mal zu einem kleinen Special und zwar zur Ice Bucket Challenge. Ich wurde von dem lieben Hydro nominiert, getaggt, wie auch immer. Und ja, ich möchte mich natürlich dafür ganz herzlich bei dir bedanken. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen, wen ich nominiere, sage ich am Ende vom Video. Deswegen bleibt dran, vielleicht seid ja ihr selbst und ja, dann viel Spaß mit dem Video. So, das war es auch leider jetzt schon. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen auf jeden Fall. Ich nominiere dann den guten Tobi, dann den Twix-Eyes, also den Jeremy und dann nehme ich noch den Kevin und den Kevin von Ivaltech. Also, alle Links finden Sie unten in der Videobeschreibung, auch zu Hydro. Und ja, was ich noch sagen wollte, das Video ist jetzt einen Tag später hochgekommen, da ich gestern erst spät nach Hause gekommen bin. Das Video habe ich aber gestern schon gemacht, aber heute erst geschnitten. Deswegen hoffe ich, passt das so und denke bestimmt auch und wünsche den anderen viel, viel Spaß, die Challenge auch zu machen. Ich hoffe, Sie machen sie natürlich. Ihr habt auch 24 Stunden Zeit und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Also, ich noch mal Zeit. Vielen Dank.